Apulia Reality Plus Tauchen Sie ein in die Schönheit Apuliens. Eine neue Erfahrung bei der Entdeckung der apulischen Region, ihrer Natur und ihrer Kultur. Auf Entdeckungstour der Sehenswürdigkeiten, touristischen Ziele und Traditionen. Dank der erweiterten Realität können wir uns heute mit Hilfe der Kamera unsere Smartphones umsehen und all das entdecken, was uns in der Region Apulien umgibt. Die Sehenswürdigkeiten offenbaren sich uns auf 360 Grad. Durch Anklicken der Ikone werden erweiterte Informationen angezeigt. Dank virtueller Touren, die uns zeigen, wie heutige archäologische Grabungsstätten in Apulien in der Vergangenheit ausgesehen haben, reisen wir heute über das Sichtbare hinaus. Wir tauchen virtuell ein in antike römische Städte wie Gnatia und Herdonia. Wir besuchen Villen des Adels, Kirchen und Tempel in Faragola und Canosa. Wir entdecken die Häfen des antiken Volkes der Meserbier. Einige Tourenverläufe werden mithilfe der erweiterten Realität zu Fuß zurückgelegt. Von den prähistorischen Dolmen bis in die historischen Altstädte der Hauptorte der Region. Mit Hilfe der Einstellungen von Puglia Reality Plus kann man die verschiedenen Kategorien ändern, zum Beispiel Meer, Kunst, Unterkunft oder Sportanlagen. Durch die Entfernungsanzeige entscheidet man, innerhalb welches Radius die Punkte der gewünschten Kategorie angezeigt werden sollen. Mithilfe weiterer Abschnitte der App kann man sich Apulien ansehen, bevor man es tatsächlich bereist. Im Abschnitt Explore kommt man zu einer interaktiven Karte, auf der die Sehenswürdigkeiten der berühmtesten apulischen Ortschaften angezeigt werden können. Mithilfe der Suche nach Themengebieten kann man die zahlreichen Gesichter der Region entdecken, sowie Handwerk, Wein und Kulinarisches, Strände und Burgen. Entdecken Sie die Veranstaltung und erhalten Sie Online-News in Echtzeit. Puglia Reality Plus ist eine kostenlose App der Regionalverwaltung Apulien. Erhältlich für iPhone und Android. Erhältlich für iPhone und Android. Erhältlich für iPhone und Android.